Hallo zusammen, heute probieren wir mal was in Brawl Stars. Kennen Sie wahrscheinlich und der Alex Taberaus. Das ist der, mit dem ich die Drei-Boll-In-Challenge gemacht habe. Und da probiere ich das da, ich weiß nicht. Und wir haben gesagt, er darf alles da auf meinem Account was er will. Er darf drei Sachen suchen. Ich weiß nicht, ich hab so vieles. Aber siehst du. Also, mit was fangen wir an? So. Geh einmal ein. Oh, scheiße. Du hast heute Glück. Oh, super. Geh wieder um. So. Und jetzt kannst du noch einen Markenverdoppler. Na. Einen Markenverdoppler? Ja. Oh, eh nur einen. So, was brauchst du denn? Weiß ich nicht. Oh, super. So, den hast du noch Press-Champ, das kannst du mal kaufen. Oh, super. So. Hm. Dann haben wir mal den Roller. Und mit Roller. Okay. Spielt. Wow. Bitte, was ist das? Oh, wach. Und wir sehen uns. Du sehen uns. Okay. Oh, das musst du sehen. Weißt du, das ist doch komisch, oder? Ja. Jetzt sind wir sicher. Ja. Okay, nah. So. Boah. What's this? Hoppa, bitte. Na. Solo. Nick, du darfst nicht schießen. Was? Ich darf nicht schießen. Ja, das ist aber schon die zweite. So. Ich darf nicht schießen. Let's go. Na. Ah! Warum? Ah! No way! Ah! 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 Es passt. Time to frog! Ah, stop stop. Und schon mal nochmal. Hmm. Ich brauche die Gipsnicks. Oh! 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 Ich brauche die Gipsnicks. No! 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 Wirtsch! Weh! Wir filmen das nicht. Weh! Das ist ja bitte. Oh! No! Bitte nicht! Du bist doch völlig! Das ist gut. Dann... Oh! Jetzt wird's dann eh noch schlimmer. Ah! Du kannst aber die Gipsnicks. Du weißt jetzt. So. Jetzt will ich doch ins Gehen. Ich will doch ins Gehen. Okay. Ja, willst du ins Gehen? Ich weiß, ob es gibt die Gipsnicks, oder? Ja! Wir brauchen ja, oder? Das ist jetzt noch der ganze Tour. Kommen wir jetzt mal. Ich muss jetzt noch Mal zum Gehen. Ja! Zwei. Zwei. Ja, da geht er mit. Mit Leon. Ja. Ich brauche ihn dir. Maxi, denk dran. Irgendwann. Hey, was ist das für... Was ist das für ein Bug, bei dem er den Klimo? Was ist das für ein Bug? Was ist das für ein Black Bug? Seht ihr den Klimo? Der ist auch ein Black Bug. Ah, was ist das für ein Bug? Wir können das machen. Ist das für ein Primo jetzt tatsächlich schwarz? Und der ist schwarz und der ist schwarz. Da muss ich direkt holen. Wo ist der Primo? Oh, schwarz! Der ist schwarz, der Primo. Warum wird das bei euch haben, aus? Das ist ein Barsch. Ja, das Pferd, oh mein Gott, der ist einfach schwarz. Ja. Das ist ein Bug. Jakob, wenn du das siehst, ich hab den Bug heil. El Primo! Warte mal, ob ich jetzt noch ein paar Pferde brauche. Junui! Da war der Praler. Nein, nein, nein. Da war der Praler. Nein, nein, nein. Ja, was ist denn? Geiler, was ist denn? Okay, aber das ist schon das Letzte. Ich muss El Primo ein bisschen droppen. Junui! Ja, das ist schon so. Ich hab dich probiert. Okay, will das der Bug heil? Digga, der ist geil, der Bug. Weißt du? Ich schneide es dir nicht aus. Ich will nur die geilsten Zähne reinnehmen. Zum Beispiel, wo ich verbräuchte Stimme spürt. Hübe es nicht! Ah! Oh mein Gott, ich hab ein Problem gemacht. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Ich hab gerade noch mal gebetet. Ah, komm, der Zähne. Oh nein, 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 nein. Ich hab ein bisschen zu sparen. Ich hab ein bisschen zu sparen. Ach, du kannst das nicht zu sparen. Okay, und jetzt lass ich's aber. Ja. Wenn's euch gefallen hat, dann lass ich's bitte! Und einen Daumen hoch da. Und Locha für die Frauen, Alex. Abonniert den Kanal Maxi & Koch. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.